Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wir haben uns zum Ziel gesetzt, mit skilligen Let's Plays und kniffligen Sprüchen für Unterhaltung zu sorgen, um jetzt bei Battlefield V richtig Gas zu geben. Wir haben einen Sani, nee, was bist du, Muni? Ich kann alles spielen. Er kann alles spielen. Das ist das, was du möchtest sein möchtest. Was? Spiel doch ruhig Saniper. Dann bin ich Grunt, bin ich Soldat. Dann spiel ich den Sani. Wir haben auf jeden Fall den Angel of Love, den Engel der Liebe am Start, mit dem kann ja nichts schief gehen. Willst du den Angel of Love, willst du nicht auf deiner Gegenseite haben. Dann spiel ich Animal Mother. Was, Animal Lover? Animal Mother. Animal Mother? Ach so, aus dem Film. Habt ihr Full Metal Jacket nicht gesehen? Ich würde euch nicht stören. Leute, das ist auch ein Film eurer Generation. Wir spielen eine Grand Operation. Wir spielen eine Grand Operation. Was ist das, Simon? Das wird dir gerade erklärt. Und zwar sind es in diesem Fall vier Karten hintereinander, die so eine gewisse thematische zusammen, so einen roten Faden haben, so eine Zusammenführung. Und dadurch haben die auch einen anderen Einstieg. Jetzt in dem Fall sind wir nämlich mit so einer Luftlande-Einheit irgendwie am Start. Luftlande. Die kommen von oben und landen dann unten auf dem Boden. Oh shit, das ist Rotterdam. Ich glaube nicht, dass wir hier abspringen. Ach nee, das ist die zweite Mission schon. Gut, wir hatten gerade die erste. Ach, das ist die Map mit dem Train. Das Spannende daran ist, dass eben so wie man spielt, sich das Spiel beim nächsten Mal anders entwickelt. Das heißt, die Gegner haben entsprechende... Genau, die Auswirkungen des aktuellen Matches haben dann... Also, wenn wir jetzt irgendwie bloß nur 100 gewinnen, dann haben wir natürlich im nächsten Match ein paar Vorteile und wenn wir zu 100 verlieren, dann ein paar Nachteile. Ich verstehe. Hier sublimits die auch sehr gut. Wieso sehe ich meinen Mauszeiger? Oh Gott. Hast du ihn vielleicht... Nee, du bist in irgendeinem Chat-Modus oder Tab-Modus. Was? Enter? Drück mal Enter. Kann das sein? Nein. Aber ihr könnt ja auch noch nicht euch bewegen. Nein, 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 nein. Oh nein. Einmal raustappen, reintappen. Oh shit. Es ist mal wieder... Dummer wird, dummer wird. Schlechtes MG. Typisch. Was ist das jetzt hier? Oh! Ey, warum sieht man jetzt bei mir den Mauszeiger, Leute? Das ist jetzt in der Tat... Das hatte ich aber auch schon mal bei irgendwas. Kann es sein... Ey, wir haben es doch eben noch gemacht. Kann es sein, dass die eine der Tasten, die du nicht umgestellt hast, äh, eine der A, B, S, D-Tasten oder X, Y und C... Das hatte ich nämlich schon mal, als ich an deinem... deine Tastatur war. Das ist hier aber richtig Alarm. Okay, ist ja gar nicht. Ich krieg den Mauszeiger nicht weg. Kann mir jemand sagen, wo die Front ist? Immer der Nase nach! Oh Gott, wo du die Bombe grad siehst. Äh... Äh... Ich brauch nicht weiter. Guck mal. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist doch... Der Chat kann eventuell helfen. Kannst du nachträglich hinzukommen, wenn du, ähm, das Spiel neu startest? Ich verstehe nicht, wieso immer etwas passiert, egal wie viel man vorbereitet. Shit. Tappt mal rein und raus. Hab ich doch grad gemacht. Ich hab schon einmal Tappt gemacht. Ach, da ist einer! Sind alle auf der anderen Seite des Flusses. Oh, da will einer rübertauchen, ne? Nee, das wird nicht klappen, so. Alt und Tappt zweimal. Nein. Oh Mann. Man kann den Stacheldraht auch umgehen und auf deren Seite des Zuges laufen, ne? Du bist im Chat-Modus, Eddie. Ich bin... Was auch immer das bedeutet. Nee. T drücken. Ah! Jetzt geht's. Okay. Ich war im Chat-Modus aus irgendeinem Grund. Weil wieder irgendwas mit meinen verstellten Tasten wahrscheinlich den Chat ausgelöst hat. Ich bin am Start, Leute. Aber die Maus-Sensitivity ist natürlich jetzt viel zu hoch. Ha! Alles klar. Was ist der Plan? Was muss ich machen? Verteidigen. Verteidigen, die müssen die Sprengsätze. Du siehst manchmal einen mit so einer Bombe. Jetzt gerade versucht der mit der Bombe durch den Fluss zu kommen. Den musst du unbedingt erledigen. Jetzt ist der mit der Bombe, glaube ich, hinter diesen blauen Kästen. Ah! So Lagercontainer oder so. Ach, diese Fässer muss ich beschützen? Ich weiß nicht genau, was das eigentlich ist, aber... Ey, das sind zwei Beine, ey. Es ist ja so, ähm, als A und B gekennzeichnet. Die Bombe liegt auf jeden Fall da, wo ich gerade hinballer. Ja. Das ist... Da komm! Wow, wow, jetzt haben sie mich. Beschützt diese Ecke. Die wollen die Bombe holen. Kann mich jemand heilen? Ja, ich komm zu dir, ich komm zu dir. Ich halte... Ich pul den Finger in die Wunde. Warum hast du dich denn da hinten hingelegt? Das war so gemütlich da, so eine gemütliche, ruhige Ecke. Ah, Engel, der Liebe. Ich hab den mit der Bombe wieder. Danke. Ja, warte. Ich huldige den Engel. Der Typ mit der Bombe hat die. Oder ist der da? Der kommt jetzt gerade. Die versuchen immer wieder neu hinzukommen. Aber die Bombe liegt noch da. Einer ist in diesem Laden. Oh, shit. Ey, jemand von euch könnte hier mal... Alter, von hinten, von hinten, von hinten. Von der anderen Seite schießen die. Kann jemand mal Munitionspäckchen verteilen hier bei mir? Ja, 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 warte, ich komm gleich. Quasi auf unserer Seite. Hilfe, ich lieg im Zug und sterbe. Komm, ich komm, ich komm. Engel der Liebe ist unterwegs. Nee, ich mach's, ich mach's. Ich bin direkt unterwegs. Aber was ist denn mit dem Engel der Liebe? Ah, wer ballert? Du schießt den Weg. Ich brauche hier auch noch einmal. Wiederbelebung. Ah, Alter, macht doch meinen Job. Ja, ist doch egal, wer wen wiederbelebt. Der Sanitäter kann halt schneller wiederbeleben, ne? Als ein normaler Frontsolder. Shit. Alles Gute ist, wir sind hier immerhin ziemlich hinter den Barrikaden. Da kann eigentlich gar nicht so viel passieren. Sagst du jetzt noch. Ja, aber da brauchen die schon einen guten Headshot. Ich hab schon so einige kassiert. Oh, mach ich auf. Ey, die Sniper-Rifles sind alle so scheiße am Anfang. Ja, aber man muss die nehmen, um sich hochzukämpfen. Auf jeden Fall, Gänge der Liebe, wo bist du? Ich kann ein Minipack gebrauchen. Ich tausch gegen ein Munitionspack. Shit, von allen Seiten. Alles unter mir. Da kann ich ja nicht auch noch hin. Ich komm, ich komm, ich komm. Ah, von der anderen Flanke sind jetzt welche gekommen wieder. Mit dem Fallschirm gelandet. Liebe kommt. Dankeschön. Es ist hier ein Privatduell und ich sterb jedes Mal und er nicht. Alles klar, Mann. Alles ruhig, ganz ruhig. Oh, shit. Ey, kann mir jemand mal Muni hinlegen? Hier war der Flak. Das ist eine Raketenbohne. Wo bist du denn? Ah, ich sag mal, du bist Gaming. Okay, ich seh dich. Oh, die schießen den Transporter. Ja, danke, danke, danke. Alles klar, Mann. Einge der Liebe ist da. Okay, ich such mir ein anderes. Ich hab keinen Bock mehr auf den Typen. Guck mal, die rechte Seite hier bei mir. Da sind auch noch ein paar. Ah, shit, Alter. Jetzt hat es mal auch noch welche. Ich hol dich. Oh, ich hol schon einer. Wer ist da noch? Duckles, ich komme. Ich bin da. Dankeschön. Oh, das Ding ist weg. Das Geschütz, wo du eben noch warst, wirb. Oh, ich hasse es. Achtet auf die Bombe. Ich glaube, die wird gerade transportiert. Ja, bei der Flak. Bei der C. Scheiße, die sind bei C. Die haben das Ding gerade hingelegt. Ja, müssen wir da hin. Ah, die Jungs machen das schon da unten. Machen die das? Ja. Oh. Kriegen sie es hin? Ja. Kann mal einer den scheiß Sniper da hinten an der Tram wegfraken? Du bist doch der Sniper. Ja, aber der hat halt immer bessere Rifle. Du bist der Sniper, wir können es nicht. Du fragst also nach einem besseren Sniper? Ja, es ist einfach keine Chance. Ich bin nur tot. Das mit dem Zwei-Bahn kann ich nicht vergessen, mit dem MG. Das ist so dumm. Ey, bisher sieht es aber gut aus. Ah, sie haben ein Sprengsatzbar. Hab dich. Ah, haben mich jetzt aber erwischt. Kein Ding, ich hab dich. Nein, jemand anderes hat dir auch. Hat jemand Muni? Nee, ich bin tot. Ey, das kann euch euer Ernst sein. Animier den jetzt. Haben wir keine Muni mehr? Ballert der jetzt 20 Spritzen in dich rein. Da kann man richtig Kohle machen, wenn jetzt hier einer fackelt. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Nicht sterben. Ja, Alter, ist von der gejumpt. Ja, wünsche ich nicht. Scheiße. Unser schöner Zug. Ja, der ist komplett im Arsch. Hier braucht man ein echt gutes Sniper. Mhm. Ein Sniper ist nur so gut wie seine Rifle. Alter Sniper. Sniper Rifle by side. Oh ja, da läuft er nur. Von Patient zu Patient. Da unten komm ich nicht hin. Ja, ich komm zu dir. Ich komm, ich komm, ich komm. Scheiße, ich komm nicht über die Scheißschacheldraht. Vergiss es, lass es. Nein, ich bin bei dir. Das bin ich. Dankeschön. Ich bin tot. Bitte. Ich belohne dich mit Munition. Ich lass dich nicht sterben. Oh, von hinter uns im Zug. Im Zug schon. Hab ihn, hab ihn. Oh, nee, ich hab ihn nicht. Aber er ist fast weg. Einer nur. Ducky, Douglas, mach das hier. Kommt einer? Ja, WKO. Auch gut. Immerhin. Wo spawnen wir? Ich nehm, aber nicht mehr den. Ah, der ist ein Medic. Der lässt uns hier verbluten, oder was? Ah. Keiner kommt. Da blutet man vor sich hin. Und keiner kommt, weil mich keiner mag. Grüße, Max. So, ich bin hinter euch. Oh, nö, ich bin hinter dir. Hast du ein Ziel? Ich geh die weiten Wege. Sich keiner traut zu gehen. Voll der Parcours, Eddy. Wir fressen sie von hinten. Ah, von oben. Tach ab. Im Wasser sind da einige. Holt eure Pistolen raus. Ja, das war unangenehm. Überleben, überleben, überleben. Überleben. Da ist einer, Ed. Warum schießt ihr denn schon? Ja, wir wollen uns doch anschließen. Da ist noch einer. Überlebt doch mal bitte kurz auch, ne? Ja. Auf der rechten Seite der Brücke ist einer. Hab ihn. Oder ist er tot? Ja, ich glaub. Scheiße. Ich komme. Ach, das bist du gar nicht. Hä, wieso darf ich denn da nicht hin? Die sind doch auch da. Jetzt sterb ich, weil ich bei denen in der Nähe bin? Was ist denn das für ein Schwatze? Hinter dir lieg ich und sterbe. Die Angreifer haben einen Vorteil. Die dürfen, haben ein größeres Areal. Shit, shit, shit. Oh. Oh, ah, okay. Schwierig. Oh, warte, ich komme euch. Ich habe euch echt nicht gesehen. Ja, du bist ein normaler Sankt. Ihr hättet was sagen müssen. Das wusste ich nicht. Haben wir ehrlich gesagt schnell genug was gesagt? Oder hast du schon gemacht? Das tut mir sehr leid, wirklich. Alter, hat sich weggewämst. Hä? Was ist hier los? Shit, Granate. Ah, okay, dahinter ist nicht mehr so gut. Ah, alter. Was glaubt ihr? Wollen wir uns sterben lassen? Ja, wir sind schon alle tot. Ja, aber ich meinte jetzt hier gerade den Kollegen. Ja, komm, lass. Das bringt nichts mehr. Da kommt keiner mehr. Okay, bei Duckels bin ich. Das ist ganz am Anfang. Das ist doch okay. Hier siehst du die Bombe? Ja, ich sehe die. Oh, jetzt ist sie weg. Da müssen wir hin. Da sind zwei mindestens. Moment, werf dir noch Dings zu. Das ist mir die Pack. Oh, Leute, ey. Deck mich ab. Ich frei ihn vom Tod. Deck mir Rückendeckung. Ah! Ihr müsst ja da in die Gasse reinballern. Benutz deine Smoke. Ich hab keinen Smoke ausgerüstet. Hä, mit vier? Hast du keine? Nein, ich hab das, hab dann, ähm. Da kommt da ja direkt was anderes. Havin, hier Leute. Guck mal auf die Brücke da vielleicht. Ja, glaubst du, drehen wir hin? Ja. Simon, geh du. Okay. Jetzt nicht tot. Jetzt ist euer guter Freund, der noch keinen einzigen Frack gemacht hat. Unser Scharfschütze. Du hättest mir was sagen müssen. Wir haben so gut wie gewonnen. Das opfern wir nicht umsonst, Etienne. Ja, es ist leider, ich weiß nicht, es ist die alte Krux. Man wird Lieder über dich singen. Rachel fragt sich nur, ne? Eddie, Eddie. Ich hab die Bombe im Visier. Er hat uns nicht geholfen. Doch trotzdem war er dabei. Ich hab die Bombe erwischt! Geiler Typ! Ich raff's nicht, ey. Ich bin einfach nur tot in diesem Spiel. Oh, wie ich die Bombe erwischt hatte! Und dann hab ich ein bisschen Panik bekommen. Ein Akkord heilen ist es hier. Vermutlich fragen sich auch die Zuschauer, wie kann Eddie, obwohl er in allen anderen Spielen so gut ist, gerade hier, gerade in diesem Spiel so schlecht ist. Oh, oh, hier vor mir, der Typ mit der, ich hab ihn! Ja, okay, ich bin direkt bei der Granate. Kann man die irgendwie... Man kann Granat noch zurückwerfen. Echt? Also nicht Granate, ich meinte die Bombe. Shit, Tobi. Nee, die Bombe muss einfach warten, bis sie dann... Beide Bomben liegen auf diesem Platz mit den Häusern drumherum. Da, wo du bist, genau. Ja, wir müssen einfach warten, bis sie verschwinden. MEINE GÜTE! Solange niemand hinrennt. Ihr solltet sie ab und zu, solltet ihr kurz jemanden die Bombe nehmen lassen. Headshot für 69. Damit es immer hier bleibt. Treffer für 69 ist das geil. Die Ecke ist super. Danke! Headshot. Wirklich, ich geh einfach irgendwo in ein Gebäude rein, schieß von oben runter, das ist... Oben ein scheiß Fenster ist der Typ. Mal gucken, ob die gerade kommen. Da drüben! Das ist verdammt gefährlich! Ich will doch einfach nur markieren. Wie markiert man denn? Mit Q, aber... Das Spotten haben sich ein bisschen verändert. Du kannst zum Beispiel auch nicht mehr so dieses 3D-Spotten, dass du jemanden markierst und dann hinter einem Gebäude oder einer Wand siehst. Das ist jetzt auch vorbei. Ja! Herausragend gewonnen! Drei von vier Zielen verloren. Ist okay. Das war gut. Mich ist jetzt Frieden mit. Ich dachte erst, wir haben alle gleich viel Punkte, aber da habe ich festgestellt, das ist der Ping. Alter! Ja, Leute, euer guter Freund der Rundrücken hat noch nicht geholfen. Ich muss erst mal reinkommen. Ich muss sagen, snipen ist am Anfang mit den Scheiß-Sniper-Rifles echt undankbar, weil du killst nicht mit einem Schuss. Wollen wir tauschen mal? Ich hätte mal Bock auf Sniper. Ich habe tatsächlich einen Tipp von Olli bekommen. Sniper ohne Scope. Das soll eigentlich ganz gut funktionieren. Achso, ja, stimmt. Das war schon früher so, weil das Scope, weil man dann schneller schießen kann. Der Chat sagt doch, du sollst das Fernglas vorher benutzen. Stimmt, wenn du das Fernglas benutzt, dann kannst du die Gegner für uns spotten. Und damit spotet man jetzt. Also du kannst jetzt nicht mehr mit Kuss spotten. Und dann wegsnipern. Okay. Ich mache coole Sachen, aber du machst jetzt auch mal Sniper. Ich nehme auch mal Sniper. Ja, habe ich Bock. Der ist vielleicht gar nicht so verschlecht. Ein Spotter und ein Shooter ist auch bei Schauschützensorten. So mache ich das immer. Spotter. Ah, okay, verstehe. Habt ihr gehört? Wir werden uns nur in höchster Not zurückziehen, hat er gesagt. Das entscheide aber ich, was die höchste Not ist. Exakt. Also jetzt. So, wann kommen die denn, die Homies? Olli jetzt auch rumchat, jetzt findet er sich geil. Nur weil ich ihn ja nicht glaube, dass er einen guten Tipp hinterlassen hat. Warten, warten. Oh nein, Olli ist auch auf dem Server. Ich guck mal. Nicht, dass er bei den Feinden ist. Ist egal, wo er gerade spielt, aber zu den Feinden gehört er eh. Kleiner Spaß. Sehen hier gerade gar nicht. Vielleicht ist er auf dem letzten Platz. Ede, hast du beim Sniper die Justierung noch benutzt? Die was? Bei mir heißt es V für Justierung. Da kannst du unten rechts neben der Munition noch die Länge einstellen. Also Reichweite Wunderschießen. Ach so, ähm, nee, hab ich nicht. Hab ich das letzte Mal benutzt, aber dieses Mal gerade nicht. Aber das ging bei meiner glaube ich auch gar nicht, weil bei der Knarre, die ich benutzt habe. Ich meine nur, da kann man wahrscheinlich noch was tunen. Alter, die ganze Truppe läuft hier los, ey. Das sieht geil aus, oder? Oh! Es geht schon los, es geht schon los, es geht schon los. Shit. Okay. Eine Smoke. So, zack, zweimal getroffen. Er ist immer noch nicht tot. Kopftreffer, wieder getroffen. Ich will damit nur sagen, ich hab gerade drei Sniper-Treffer gemacht und keinen gefrackt. Es nervt zu Tode, Alter. Es ist nicht so, dass ich nicht treffe. Ich wollte es nur mal sagen. Alter, kletter da doch rüber, du! Shit. Wie markiere ich mit dem Fernrohr? Einfach nur raufschauen. Mit dem Fernglas. Also, nicht durch deinen Sniper-Scope, ne? Ja, ja, schon klar. Ey, wie kriege ich das Fernglas? Äh, das ist dein Gadget. Ja, aber, weiß ich nicht, äh, drei ist das. Ich hab das nicht. Vier. Drei, da ist es doch. Ich komm, ich komm, ich komm. Ach, das ist, okay, das sieht so cool aus. Ah, der nimmt mir das schon ab. Okay, ist klar. Ja, ist tot. Ja. Du kannst, oh, ich lebe. Er nicht. Ah, wenn die Animation im Weg ist. Nee. Okay, Simon. Cool bleiben. Cool bleiben. Cool bleiben. Cool bleiben. Danke. Okay. Okay. Bereit für Spotting. Spotify. Jetzt kommen sie von der anderen Seite. Guckt auf die Map. Da sind die, seht ihr die roten Punkte. Da sind die schön, die, die markierten. Wieder einen getroffen. Das ist einfach eine scheiß Rifle, die hier. Alter, der kommt von der anderen Seite vor hinten, ja? Endlich, hinter uns, hinter uns. Da war der Frack. Hinter uns? What the fuck? Ja, da ist ein Geschütz. Die haben ein Geschütz aufgemacht. Hier, ich schieß ihm schon die ganze Zeit in den Knie. Das ist ja fies. Und hier ist auch eine Treppe, da kommt auch gleich einer hoch. Shit. Ah, jetzt rollt nur ein Panzer rein. Oh, dauert das lang. Natürlich nicht. Alter, wieso drückst du nicht E? Aber es dauert teilweise, ist das Geleben echt nervig. Alter, von beiden Seiten jetzt, ey. Unsere Leute haben jetzt die Brücke hinter uns eingenommen. Also wir geben uns gerade Deckung. Die Sunny-Waffe ist die Hölle. Scheiße. Habe ich ihn erwischt? Ah, das gibt's doch nicht. Ich hatte ihn doch. Egal. Engel der Liebe, wo bist du? Ich lieg hier tot neben dem Game. Ein Meter neben B2. Der mich nicht wiederbelebt hat. Leute im Ernst, ihr müsst das sagen. Wenn ich schneidbar sehe ich doch nicht, was direkt neben mir passiert. Ich seh es einfach nicht. Ich will dir helfen. Scheiße, wir brauchen mal dringend ein paar... Irgendwas müssen wir besser machen. Wir brauchen Assault, weil da vorne ein Panzer ist. Hab dich. Wie komme ich zu dem Geschütz da oben? Der Sniper ist hier glaube ich gerade nicht so gebraucht, wenn ich ehrlich bin. Und durch. Obwohl es eigentlich die Umgebung ja hergibt, aber ne, schwer. Ah, der Panzer, Alter. Der Panzer ist gerade so... Spielverderber, aber gut. Alle unterhalb der Brücke. Schwierig. Sie kommen wieder von hinten. Ja. Harrow? Harrow, ich bin down. Komm, ich komm, Duckles. Direkt vor uns ein Panzer. Panzer, ja. Ich wechsle zu Massault. Kannst vergessen. Ich muss auch wechslen. Nimm doch Anti-Panzer jetzt, Infanterie. Und dann machen wir den erstmal alle. Oh, Alter. Ganz weit weg. Ich bin so schlecht in Battlefield, ey. I'm sorry. I'm sorry. Oh, oh. Verloren. Scheiße. Haben wir den Spot verloren? Wir schaffen es einfach grad nicht. Ist da ein Panzer in der Garage? Ist da ein Panzer? Ja. Ja. Ich höre die über uns rollen. Oh. Ach, verdammt. Schön. Ah, da kommen zwei zum Eingang in der Viefrirage. Drei. Von zwei Eingängen kommen sie. Oh, du bist schon tot, ne? Ja. Ja. Ja, von oben. Der BTV3, ganz links an der Wand. Nicht drauf gehen, nicht drauf gehen. Der BTV3. Ich komm, ich komm. Ein anderer kommt, ein anderer kommt. Ich wär bei dir gewesen. Musste noch kurz Rückendeckung machen. Wieso sterben denn die Leute, auf die ich schieße, einfach nicht? Nein! Ich kotze. Ich kenn halt auch die dummen Waffen einfach nicht, ey. Oh. Bzzzt, bzzzt, bzzzt. 90. Wie viel? Bei 100 ist einer tot, oder was? Wie viel muss man Schaden machen? Weil da steht ja manchmal, Trefferzahl 90 oder 100. Macht Sinn, ne? Ach, scheiße. Ich darf nicht über die Brücke schwimmen. Und tot. Oh, komm. Danke. Kein Problem, kein Problem. Achtung, da sind echt einige Sniper in den Gebäuden drüben. Alter, wie hat der mich denn... Hinter dir direkt, ne? Hinter dir. Hinter dir? Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Ich hab Nils, aber Nils musst du mich gleich haben. Ja, das bringt hier nichts. Wir sind hier... Fuck. Das ist null Deckel. Wir müssen uns hier verpissen. Äh... Verteidigungsstellung aufbauen. Oh, shit, 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 shit. Sag mal! Komm zu dir, Simon. War das ein Panzer, oder? Oh Gott. Ja, sorry, keine Chance, so. Dackelz? Ja, ey, komm doch. Ich probier's, ich probier's, ich probier's, ich probier's. Ne, ne, nicht probier's. Ja, das hättest du gar nicht mehr machen müssen. Ich weiß, aber... Ich bleib hier in Deckungsbord bei mir und äh... Alles cool. Ich hab ihn leider nicht gesehen. So, wir müssen... Sagt mir mal, wo der Panzer ist. Äh... Ja, ähm... Wir müssen ein bisschen neben ihm so... ... dass ich ihm auf den Sack gehen kann. Der Panzer ist, äh... Ungefähr auf 10 Uhr. Hinter der... Hinter der Brücke? Dackelz. Ja. In die Richtung. Hier, Sunny. Medic. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ah, du bist auch da, okay. Alles cool. Da kommt man ja nie hin. Shit, ey. Shit. Was war denn das? Oh shit, Mann. Hier brennt alles. Hier brennt alles. Hier brennt alles. Ich bin einfach immer nur tot, Alter. Kacke! Ich hab nur nicht länger als 10 Sekunden am Stück gelebt. Was? Ich hatte ihn doch feind getroffen. Na, man kommt gar nicht bis zum Panzer. Der Panzer geht mir grad so auf den Sack. Der kommt auch nicht hin. Der Panzer ist auch viel zu weit weg. Mit der Bazooka hab ich ihn auch bisher nicht getroffen. Oh, der läuft an mir vorbei. Das gibt's doch nicht. Hab ich auch noch nie erlebt. Oh, Mann. Ich seh ihn, aber er ist trotzdem weit weg. Ja, ich renn mal hin. So. Boah. Panzer. Danke. Ich bin da aus. Niemand weiß von seinem Plan. Nicht mich wiederbeleben. Hinter dir ist noch ein Feind. Nein. Scheiß Panzer. Oben im Haus ist der im Treppenhaus. Erster Stock. Ich hab ihn. Geil. Was? Überrannt. Überrannt. Ist alles überhaupt nicht gut gerade. Werter. Otto, Martin. Heinrich, Otto, Friedrich, Friedrich. Oh, morf. Oh, morf. Er wird die V3. Ich komm zu dir. Oh, shit, Alter. Oh, what the fuck. Liebe Regie. Kann mal jemand kommen und mir helfen mit dem Problem? Oh, shit. Ich? Ja, ich lag eine Minute, einen Meter neben dir. Ich fühl mich nicht angesprochen mit Raketenboden. Was solltest du jetzt? Oh, nee. Oh, nee. Steht doch nicht zu zweit dort. Okay, gut. So, hab ich mich schön geopfert, damit der Simon bei der Spielern jetzt auch tot ist. Ich bin auch tot. Ich fasse diesen Panzer. Ey, nehm lieber eine Rauchgranate mit als Sanitäter. Nee, nee, nee. Da geh ich nicht hin. Nee, ich mach mich tot. Gut. Oh. Hätte mir die Tür geöffnet. Kannst du umparken für mich? Der blockiert mich da. Scheiße, MG-Schütze. Alter, was ist hier los? Wow. Wow, was ist denn da alles tot? Alter, der Panzer muss weg. Haben wir keine Anti-Panzer? Ey, es haben gerade mehrere versucht. Aber der Panzer schießt halt auch wirklich alles kaputt. Der macht alles platt. Der macht alles platt. Der macht alles platt. So, Leute. Eigentlich muss man mit der Panzerfaust schießen hier. Du musst überleben, Gaming, B2. Ja. Oh, shit, man. Wo ist der Panzer? Sie wollen beholen, Mann! Kacke! Ah! So, Leute. Ich hab endlich meine Bestimmung gefunden. Liegend mit dem MG. Okay, Leute? Scheiße. Nein, es muss nachgeladen werden. Nicht jetzt! Nicht jetzt! Ah! Ist der Panzer da vorne noch intakt oder ist er kaputt? Doch, doch, doch. Da ist noch einer. Und da sitzt noch einer oben in dem Geschütz drin. Ja, ja, ich hab's gesehen. Der bewegt sich. Kronan, ey, wie ich rasiere, Leute. Ohne Scheiße. Regie, seht ihr das? Ich hab endlich meine Bestimmung gefunden. Ich bewege mich nicht, verstecke mich und schieße auf alles, was ich bewege. Es ist super, Leute. Ich komm, ich komm, ich komm. Es ist super, Leute. Ich hab schon, ich hab schon, ich hab schon. Ah, ha, ha, ha. Da beschwert er sich, während er gerettet wird. Ja, aber der Sanitäter kann schneller. Ich dachte nicht, der Richtige rettet. Der Sanitäter kann schneller. Mach, hinter euch! Hinter euch! Hinter euch! Durch das Gartentor. Ich komme. Äh, wo ist denn hier ein Garten? Ey, dieses Eisengatter halt. Shit! Dieses kleine Eisentor. Direkt, wo ihr grad wart, da ist der Typ und... Ja, einer ist zum Smoke. Ich seh nix mehr, Leute. Ich seh nix mehr. Da ist halt ein Typ, ne? Ich hab B so krass verteidigt. Explodiert! Ah. Hat nicht geklappt. Könnt ihr mich wieder überleben? Ja, ich komm. Um die Ecke. Da sind du noch zwei Feinde. Egal, ich riskiere's. Cool. Jawoll, siehst du, schon kann ich helfen. So muss es laufen. Da ist noch einer bei mir. Tot. Ah, ja, ja. Ja, aber das waren noch einige. Oh, shit. Da kommen mal weniger Granaten. Shit. Ey, Leute, das war grad richtig geil. Ich hab acht Fracks gemacht. Acht? Acht hintereinander. Sehr gut. Geil, geil. Hey, Leute. Vielleicht bin ich gar kein Sniper. Vielleicht bin ich mehr so der Typ fürs Grobe. Vielleicht, ja. Jeder muss seine Bestimmung. Ja, ich bin immer noch hier. Gib mir Rückendeckung. Ah, andersrum. Ich bin noch da. Ja. Ah, von oben. Ah. Das ist eine Scheißstelle da. Die sitzen, wir sind hier in einer engen Gasse. Die sitzen oben im Haus. Wir sehen sie nicht. Die brauchen nur runterballern. Ja. Das ist da nicht mehr hingehen. Okay. Oh, ist das hier der Dreckspanzer dahinter. So, ich geh zum Panzer. Beobachtet mich. Der Panzer wird uns gleich böse aufs Korn nehmen, glaub ich. Sei mein Zeuge. Bein Maschines Game in B2. Du bist gleich tot. Ich helf dir. Ach du, ich renn zum Panzer. Ich seh dich. Ich lauf schon mal hinter dir her, damit ich dich gleich wiederbeleben kann. Nein. Minen. Überall Minen. Ich hab eine Mine gelegen. Ja. Ich komm zu dir, Simon. Wiederbeleb mich. Los. Wir machen eine Mine. Wir machen eine Mine. Wir machen eine Mine. Panzer Platz. Oh nein. Ich hab leider gar keine Mine mehr. Ich hab gelogen. Aber ihr macht das sicher auch. Der Panzer brennt. Der Panzer brennt. Der Panzer brennt. Der Panzer brennt da. Wie ein neuer. Komm her, ich aufhör mich. Nein. Ich hol euch. Ich hol euch. Bleib liegen da. Da darfst du dich hin. Ich bin ins Feindgebiet gegangen, um den Panzer zu zerstören. Alter. Ich kam an der Zeit überhaupt nicht mehr zurück. Oh, war das knapp. Aber es war toll. Ich kann nicht joinen bei euch. Ihr seid im Kriegsgebiet. Dabei ist doch hier alles. Aber wie müsste es jetzt eigentlich gehen? Okay, jetzt geht's, ja. So, was ist der Auftrag? Laut, laut. Der Panzer ist weg. Rückzug gescheitert? Oh. Das ist wohl unserer. Aber der Panzer ist weg. Oh, shit. Okay. Warum? Oben im Zug. Oben auf der Brücke. Ganz viele. Shit. Oh, die kommen auch über die Brücke, ja. Shit. Ich hol dich. Ich hol dich. Ich hol dich, Simon. Heilung? Irgendwas zum Heilen hier. Wieso komm ich hier nicht hoch? Ey, das ist eine fucking Dreckspalette. Alter, diese MG ist ja sowas von nice. Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Komm, komm, komm. Ja, Mann. Weiter, 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 weiter. Ich renne. Dank dir kann ich wieder rennen. Boi, 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 boi. Okay, wir müssen A und B verteidigen. Wir müssen jetzt echt da mal hin. Nicht so weit weg. Lieber direkt hingehen. Steh auf! Ich bin für dich da. Okay, okay, okay. Hey! What the hell? Falsche Seite. Ich bin falsche Seite. Fuck! Mann, leg dich doch hin, Alter. Beschuss! Hallo? Ist jemand hier? Ich kann nicht. Ah, weil ich mich zu dämlich nicht hingelegt hab. Okay, lass ich ihn dir leicht. Oh, wo denn? Im Haus? Boah, ich hab auch grade so ne... Ich glaub im Eckhaus oben. Ede, ich hab genau so ne schöne Position wie du jetzt gefunden. Richtig schöne Sniper-Eckposition. Lauft um die Ecke. Rennt um euer Leben. Ach, Gaming 2 jetzt auch mit dem MG, siehste? Weil's nämlich geil ist, ne? Ja. Komm, wir nehmen sie hier schön ins Kreuzfeuer. Hier, ich... Da! Hinter uns, hinter uns! Ah, der war dir. Da ist noch einer. Brauch ich... Da ist noch einer. Brauch ich die Wiederbelebung, Nils. Komm. Ich hab Richtung wo ich hinschaue, da sind zwei. Verdammt! Wer braucht Hilfe? Ich seh was! Wer? Du! Siehste wo ich... Panzer! Ja, ich auch. Gaming 2, bist du da? Ah! Ich werde beschossen, bitte helft mir heilen! Ich hab ihn, ich hab ihn. Helft mir ihm zu helfen. Okay, haben wir. Ja, danke. So, jetzt gibt's für euch alle noch ein bisschen Muni. Ich... Ich, äh... Da lass den Sanitätstext. Achtung, der Panzer kommt. Wo ist der Panzer? Gegenüber im Eingang steht einer. In der roten Tür. Ja, Scheiße. Hat mich. Ich bin tot. Okay. Mit nem Sperrfeuer, was mach ich denn? Das ist unser Panzer. Ich hab alles probiert. Du kannst evtl. gleich noch mich heilen. Nee. Ach, du bist schon tot. Ja, das ist so riskant da unten. Aber mich! Nee, wer war das? Du warst das. Ja. Da wurde ich beschossen. Ich wollt grad gucken, aber... Na gut. Ausnahmsweise. Unser Squad ist ausgelöscht. Ja. Wieso benutze ich eigentlich nie? Oh nein! Hier kommt die V1. Warum häng ich denn hier hinter den Mülltonnen? Was? Wer schießt denn da? Achtung, gegenüber! Ja. In der Straßenbahn. Jawoll! Sniper! Auf... 100... Auf 140. Ah! Dumm! Hals, ich taste. Haben wir das gesehen? Hat keiner gesehen, ne? Diese Dummheit zum Glück. Shit. Dackelz, halte! Junge, ich bin auf dem Weg zu dir. Ah, shit. Mann! Ich komm zu dir, alles gut. Bleib bei mir, bleib bei mir! Okay. Junge! Nicht einschlafen! Scheiße! Okay, okay, weiter geht's, Simon! Zurück da in den Eingang! Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn! Yes! Mann! Wie kann das sein? Wie kann denn? Shit, shit, shit. Ist vor dir einer? Shit! Ah! Ich hab noch in sein Ding geguckt! Ich versuch dich wiederzuleben, aber eh will nicht. Im Hauseingang ist ein Sniper. Danke, Mann! Dackelz, du wirst befördert hiermit. Cool. Zu drei Staffeln Pocket Beans. Ey, verdammte Scheiße! Ey, das Heilungssystem ist so affig, wie man immer in einem Winkel stehen muss. Ich schieß doch auch auf euch, ey! Ich schieß doch auch auf die! Dackelz muss überleben. Noch zwei Sekunden. Wie ein Mann, das schaffst du. Jetzt ist hier wieder. Kommt ihr? Ah! Goddammit! Gibst du mir einen Medipack? Ja. Warte! Ich warte immer noch auf einen Medipack. Oben im Hauseingang, oder? Im Hauseingang? Medipack? Leg doch eins hin! Drei! Ich weiß, ich rück die ganze Zeit drei. Wieso? 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 Ich bin direkt hinter euch, Leute. Rechts von uns. Hinter dir, Nils. Hinter dir. Lass mich einfach liegen. Ich bin der Typ, der verblutet. Genau der. Naja, ich muss erst mal ... Das ist halt ... Der mit der offenen Fleischwunde. Hallo, anyone? Typ mit der Fleischwunde. Naja, die sitzen halt ... Da ... Ohne Deckung. Wir sind ... Sitting Douglas. Sitting Douglas. Michael Douglas. Naja. Wie im Spiel. Nicht jeder Gag ein Treffer, würd ich sagen. Shit. Ich komm zu dir. Ich hab dich. 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 Okay, ich komm. Ich hol erst Buckles. Ja, zu spät. Jetzt sind alle tot. Kleine Ratte. Hinter dir, Eddie. Drei Tote. Drei Tote hinter dir. Ach so, dann ... Nur noch zwei. Oben auf der ... Okay, also der Typ freut sich. Cool, dass ihr mich in den Tod gelockt habt. Misery likes Company, ne? Company of Misery. Das klingt auch wie so ... Company of Misery. Okay. Was? Gefällt mir ganz gut. Ich will da jetzt mal starten. Beitreten. Sie darf nicht beitreten? No. Ich schieß auf den Panzer. Großer. Mann, wie soll man den da treffen? Jungs, ihr seid weg. Ich komme. Ich komm zu dir. Bleib liegen. Bleib liegen. Bleib liegen und nicht einschlafen. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich hab dich, Kamerad. Danke. Okay, 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 okay. Eine Panzerfaust hier. Hier haben wir noch Probleme. Wo ist der Panzer zerstört? Ja? Ja. Oh, shit. Was ist eigentlich unser Ziel, wenn ich mal fragen darf? Ich schieß verteidigen. Verteidigen, verteidigen. Ganz oben steht's. Verteidige Ziele in dem Sektor. Achtung, rechts von dir. Ich bring dich zusammen, ja? Leg dich doch hin, Jungs. Bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen, hilf, hilf! Oh! Da bin ich reingelaufen in das Sperrfeuer des Feindes. Ihr habt grad geile, richtig geile Saving Private Pride in House-Action verpasst. Ja, bitte, Vau. Engel, Engel. Halt durch. Siehst du mich? Ja, ich sehe nicht. Siehst du das Licht am Ende? Ja, bitte, Vau. Nein, du bist tot. Oh! Warum lauf ich überhaupt zu euch? Alter, das ist ein Feind. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Danke, danke, danke. Tödliche Wunde. Direkt gegenüber von uns. Willkommen zurück, Alter. Oh, wie ich immer verrecke bei wagemutigen Aktionen. Shit! Oh, direkt... Nicht gut, nicht guter Spawn. Notiz an mich selbst, nicht bei Douglas spawnen. Der ist immer da, wo der Punk abgeht, ey. Na komm, wir müssen das noch ganz kurz verteidigen. Wir haben doch 14 Abschüsse. Dann haben wir's eigentlich geschafft. Okay, die mach ich schnell. Alarm, Alarm. Alarm, Alarm. Alarm, Alarm. Ja, er wartet. Da oben, einen zu weit oben. Ähm. Das macht's ja keine Sinn. Eventuell ein wenig Wünsche, weil du eh grade da bist. Zack. Und wo? Ach, von oben. Ah. Ah, sieht gut aus. Ich seh dich, du kleiner Sniper. Wie kommt man in das Panzergeschütz rein? Ah. Ah. Er ist immer noch nicht tot. Ah, zu spät. Na gut. 93. Zwei von drei Sektoren. Weil ich hab, endlich hab ich's gerafft. Man muss auf die Gegner schießen. Hm? Mhm. Ja, das war eine spektakuläre Map-Runde. Hallo Nickel. Er schreibt Hallo RWTV. Ähm. Ah, Olli ist auch hier. Platz 13. Kapitän Kohns gratuliert Dackels. Er hat's gerissen. Aber es ist immer nur so gut wie... Das schwächste Glied. Das schwächste Glied. Ja. Freunde, wir machen ganz kurz Werbung. Und dann geht's hier weiter mit Battlefield 5, die Kampagne oder was, die Super-Operation. Was ist das hier überhaupt? Das ist geil, oder? Das ist geil, gefällt mir. So, die Super-Operation, wie bei Chirurgen. Bis gleich. Leute, wir sind direkt weiter hier in der großen Operation. Ich hab keine Zeit, jetzt hier eine große Moderation zu machen. Seht ihr? Hier geht's direkt ab. Wir sind mitten in der Kathedrale. Ich lebe. Ich bin tot. Nein, du lebst, weil ich da bin. Ich bin da und jetzt lebst du. Nein. Nein. Tatsächlich. Ich wär vorsichtig. Diese verdammte Anmoderation. Chat ist schuld. Ich wär vorsichtig mit solchen blasphemischen Äußerungen. Mitten in einer Kirche. Shit. Das stimmt. Vielleicht nicht der beste Ort. Es ist wie beim Highlander. Eigentlich darf man sich hier nicht auf die Schnauze hauen. Und trotzdem machen wir's. Das hat die Bomben aber scheinbar auch nicht interessiert. Übrigens, wie sieht das denn aus? Wie geil ist das denn bitte? Das sieht einfach mega geil aus. Oder? Ich bin bei dir, Heidi. Ich lass dich nicht sterben. Nicht heute. Oben auf Balkon. Okay. Rettung, 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 Rettung. Nein. Ja, leben. Das ist das Wichtigste. Hauptsache du lebst. Sie sind in der Kathedrale. Sie sind in der Kathedrale. Sie sind in der Kathedrale. Sie haben hier eine Bier überleben. Komm rüber. Raus. Ey, so Smoke Grenades sind manchmal echt ganz gut, ne? Shit. Sie sind hier oben bei der Gorgel. Bei der Gorgel? Bei der Orgel. Ja. Na gut, bei dieser Kirche ist es halt eher eine Gorgel. Ja. Shit. Okay. Ich komm. Was ist das? Wollt ihr mal langsam einnehmen. Shit, shit, shit. Granate! Die Töter! Tja. Äh. Haben wir verloren jetzt die Kirche? Weg, Mann, Leute, ey. Weg, Mann, Leute, ey. Oh, ne, sie holen sie. Kann ich mich überleben, bitte? Boah, man sieht eine... Ich hab ihn getötet und jetzt hol ich dich zurück. Ah, danke schön. So gehört sich das für den guten Sunny. Danke schön, Herr Sanitäter. Lass uns doch mal außen rum gehen und die von hinten knuspern. Okay, knuspern wir los. Seht ihr, wo ich bin? Ja. Du bist Raketenbohne, ne? Ja. Ganz heut. Das wird schon wieder. Alter wird... Alter sind die alle... ...des Todes da hinten. Okay, es ist original niemand mitgegangen. Bande! Ich lauf doch! Hä? Also jetzt, ja. Soll ich helfen? Oder bist du zu weit im... Ja, okay. Ich hab mich zu dir gelegt. Sieht aus wie ein guter Platz. Okay, Edi, ich bin bei dir. Ja, das könnte natürlich von links jetzt erst kommen, aber das Risiko gehen wir jetzt ein. Um sie uns von hinten zu schnappen. Wir laufen jetzt einmal um die Kathedrale rum und gehen nicht rein. Ja, wir gehen hier rein jetzt. Okay, shit. Shit, shit, shit. Wir haben hier. Shit, direkt auf der anderen Seite. Gegenüber. Ich hol ihn nicht, ich hol ihn. Gib er in Deckung. Gib er in Deckung, Deckung, Deckung. Ich hab dich. Der bleibt am Leben. Hinter uns, hinter uns. Oh, der lädt so lange nach, ey. Von da, wo wir hochgekommen sind. Bleib am Leben, Simon. Bleib am Leben. Hinter euch, Jungs. Du hast sie dahin gelockt. Ich stand da total schön in der kleinen Ecke. Ich muss uns zurückziehen. Ja, aber da können wir, wenn man da reinkommt, da können wir die regelmäßig schön... Ja, wir müssen jetzt die Punkte hier verteidigen. Verdammt, alle Ziele müssen verteidigt werden. Mist, 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 Mist. Oh, Sniper hab ich gesehen. Sniper mit Scope. Ja, genau. Was bringt der Werkzeugkasten? Mit T kannst du Sandsäcke aufstellen. Ja, und Stacheldrahtzäune, Hindernisse. Eine Menge. Aber es geht nicht überall. Aber nur eine Granate. Ach, komm. Du läufst eine halbe Stunde. Du kannst froh sein, dass es nur eine Granate gibt. Ab ihn. Jetzt hol ich euch zurück. Oh! Ja, du lebst es! Ja, danke! Ja, danke! Du kriegst das wieder, das Leben. Ich atme es dir zurück in deinen Körper. Nein, ich bin tot. So eine Scheiße jedes Mal hier. Ich hätte mehr kämpfen sollen. Manchmal ist es nicht verkehrt, jemanden stehen zu lassen. Aber einen hab ich geholt. Leute, wenn wir zusammenarbeiten, kann uns nichts stoppen. Das ist korrekt. Das spricht ja nicht der Wahrheit, aber sie ist korrekt. Käpt'n, wo laufen wir hin? Richtung B? Weil da so die Bombe ist. Ich hab den Bombenträger. Und sein Kumpel. Ich hab euch was markiert. An der Vorderseite der Kathedrale ist einer im Geschütz. Von denen. Und da ist auch der Bombenträger. Alter, nice. Das war eine nice Bombe. Oh, shit. Von rechts, Simon? Den hab ich, glaub ich. Dann kannst du mich ja safen. Angel der Liebe. Ich komm zu dir. Nein, das ist meiner. Ich werde gerettet. Kümmert euch nicht um mich. Ich hab neue Freunde. Das fühlt sich falsch an. Hä, wieso ist denn jetzt Kampfgebiet verlassen hier? Ach so. Du darfst da nicht hin. Ach, shit. Der ist vorne, es sind zwei. Ach, egal. Ah la la la. Ich baue in Ruhe. MAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Engel der Liebes, ich spawne ... Ja, spawne bei mir! Ich bestätige das! Wow! Du hast Heilung, hier, komm her! Oh! Shit! Jetzt muss ich aktiv aufnehmen, oder wie? Ah, die haben Abel zerstört. Wo denn? Von rechts, Alter, boh, ich seh's nicht. Ah, so was kann's. Ich komm, ich komm, ich komm, Eddie. Nein, ärgerlich. Nee, das ist gar nicht Eddie, ich komm. Ich bin da, also ich brauch ... Danke, Darkles. Mhm. Dr. Darkles, rennt ich den Krieg und heilt mich. Didi, 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 didi. Ich hab den Bomben-Typ hier gesehen. Ich hab da auch, ich seh ihn. Ich renn auch hinzu. Shit, ah! Ich werf eine ... Granate. Hab ich ihn? Hast du ihn erwischt? Ich hab den Bomben-Träger getötet. Sehr schön. Mit der Granate und hab ihn geopfert. Er könnte mich jetzt ... Komm zu dir, ich komm, ich komm, ich komm. Irgendwo zwischen den Trümmern, ne? Dr. Boomhoff. Erz aus. Ich bin bei dir, ich bin bei dir. Ach, der klaut das. Klaut mich dir. Dir mich. Das ist wieder der Bomben-Typ. Der ist down. Oh, hier, können wir gar nicht weiter. Volkstanz. Der Bomben-Typ. Ey, die können diese Bombe niemals holen. Die kommen dann nie wieder raus. Danke, Soldat! Anärmung! Meine erste Hilfe! Kann man hier rausnehmen? Oh, von ihm. Schön. Okay, Bombe ist weg, oder? Ich leg hier ne Leiche hin. Dackelz, ich kann dich leider nicht holen. Nein! Alter, drückt doch! Lasst mich. Ich bin schon längst tot. Oben im Geschirr, äh, oben ist Sniper. Äh, in dem, da wo ich hinballe. Ah, er hat mich. Was macht da rote Rauch? Er, äh, raucht. Hab ihn! Den Sniper. Achtung, Nils, da oben ist einer auf der... Ja, danke. Ey, das rote Licht ist Hammer, ey. Hammer, wie das aussieht. Absolut. Heart of Darkness mäßig. Ah, sie haben mich gefunden. Ich muss mich verkrissen. Ah, ist das schön. Oh, oh, okay. Da wollen wir einmal was bewundern. Das haben wir wieder. Bombenträger ausgeschaltet. Hier vorne beim Wagen. Was dumm ist das denn, das Geschütz? Da sieht man ja gar nix. Fuck. Ich liege hier weiter vorne rum. Keiner? Ist okay. Dumm! Das ist fein. Wäre dir ein leichtes, mich zu heilen. Was? Jetzt stehen sie da in der Gasse, ey. Was müssen wir machen? Immer noch verteidigen? Eigentlich haben wir es, glaube ich. Aber da steht null Abschüsse, die wir noch machen müssen. Oben rechts. Das macht doch gar keinen Sinn alles. Verteidigen. Ist das Krieg etwas sinnlos? Ist das die Botschaft? Du bist angeschossen. Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Weiter, 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 komm mal her. Jetzt bin ich hinter dir, falls du mich retten willst. Vor dem Fenster vorne im Fenster. Das ist das komplette fucking Chaos. Aber ihr macht das, glaube ich, gut. Wir machen das, glaube ich, alle ganz gut. Das ist so chaotisch. Das ist so gefährlich. 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 Shit, 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 shit. Ah. Ja, alles riskiert, ne? Alles für den Freund. Ich kann einfach niemanden sterben sehen. Sie haben die Bombe ziemlich nah bei B, wenn ich das richtig sehe. Siehst du die noch? Die Bombe bewegt sich, ja. Der Feind hat so irgendeinen Sprengsatz an. Oh shit, okay. Ja, das ist kein gutes Geräusch. Ja, bei mir wird die gar nicht mehr angezeigt. Das ist das Problem. Oh. Was machen wir jetzt? Ja, scheiße, dann haben sie es jetzt gelegt. Dann müssen wir jetzt alles geben. Ja, wir müssen da jetzt hin. Sonst kriegen die wieder Credits und können dann weiter. Ich wollte ... Ich hab's nicht mehr ganz geschafft. Ist ja schön. Ey, da sind zu viele, da sind vier, fünf Leute unten. Kannst vergessen. Wie haben die das denn geschafft? Wer hat denn seine Hausaufgaben hier nicht gemacht? Ich hab nicht gerafft, dass das unterkellert ist. Schaut euch das mal an. Da ist hier so ein pinkes Autoschen. Der Zielbild zerstört. Ja geil, bei mir wurde gar nicht angezeigt, dass da irgendwie noch eine Bombe unterwegs wäre. Ey, immer wenn ich Scheiße spiele, zeig dir das. Und wenn ich mega geil bin, zeig dir das nicht. Naja, die Chance, das ist natürlich auch schwierig, ne? Kleiner Scherz, du bist der Engel der Liebe, ich liebe dich. Wer ist da für zuständig? Timo? Greif! Naja, Mann. Das ist jetzt nicht gefallen, Timo, ganz ehrlich. Okay, A-O-Bahn, das kriegen wir hin. Wir greifen an, Leute. Lass sie gar nicht die Geschütze bemannen, die da stehen. Boah, krass da oben, ne? Guter Platz. Für den Hinterhalt. Alles schon weg. Keiner mehr übrig. Wie kriegt man diese... Ah! Oben sind noch welche. Hier. Ich spore mal bei euch. Ihr seid in der Kathedrale, ne? Ja. Schöner Spot. Au. Da bist du ja wieder. Oh, what the fuck war das denn? Kann ich auch Sandzecke abbauen? Ne, ich kann die nur dahin bauen. Ey! Das wollte ich mal bauen. Warum baust du auch, wenn ich den Toten neben mir verblute? Neugier tötet. Ich wollte halt das abbauen, dass die da durch können, die Kollegen. Alle tot? Ziel A verloren. Das war richtig schlecht. Zurückziehen. Das letzte Ziel. Das war richtig schwerwiegend. Schwerwiegend, sag ich mal. Zehn. 49 Sekunden. 9... Ich weiß nicht, was die Anzeige... Ich glaub, das was wir jetzt machen, ist Schadensbegrenzung. Weil ich glaub, das nächste Match ist das letzte. Genau, wir holen die Ressourcen fürs nächste Match zurück. Ach du Scheiße. Weil man die halt auch einfach nicht erwischen kann mit der Scheißknarre. Ich komm, ich komm. Ich brauch dringend mal ne neue Waffe hier, ne bessere. Okay, lebst. Es dauert irgendwie gefühlt ewig, oder weil wir ständig die Charaktere und die Profile wechseln, bis man hier mal bessere Waffen freigespielt hat. Ob ich dich den wiederbeleben lasse einfach. Oh, hier ist ein Panzer. Ach schön. Weil es ja schon ohne nicht schwierig genug war. Oh, jetzt kommt noch ne V1-Rakete. Oh, Alter, was geht. Alter, was ne Explos... Alter, was ne Explosionen. Das ist das Gegenteil vom Engel der Liebe, der Teufel des Hasses. Komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ah, ich hab die nie mehr gekriegt, schade. Kurz vorher dackelt's. Sorry. Help! Guys! Geht euch doch mal um, hinter euch. Ah, da oben, shit. Ja, da ist ein Sunny, der macht ja nichts. Da ist ja original jemand direkt neben mir. Alter, guck, wie traurig das sein muss, wenn drei Typen vor dir siehst, die sich einfach total verbluten lassen. Aber da ist einer. Ich komm zu dir. Jetzt entschuldigt! Wo bist du denn? Ach, dann lebst du ja wieder. Ich komm, ich komm runter zu dir. Bleib liegen. Das ist immer lustig, wenn ich bleib liegen sag, ob du dich gar nicht bewegen kannst. Nice. Ja, ist ja gut, Alter. Luis, gerne. Das hatte ich mir auch gesagt. Lass einfach mal da durch den Smoke da reinballern, ey. Okay, na, 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 na. Weg, 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 weg. Nächsten, 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 nächsten. Medic. Ich komme. Ich komme, bin unterwegs. Von hinten? Was? Das wird nicht leicht für mich. Ich komme aber zu dir. Ja, es wird auf mich geschossen. Ich bin freiwild. Dackelt's. Ah, Granate, Scheiße. Warte. Ah, nein. Auf dem Weg zu dir. Wurde ich vom Feind gemolchelt. Pass auf, wir laufen hier alle Hörbilder rum. Ach, Mann. Bleib beim Leben, Eddy. Ja. Oh, shit. Schwere Niederlage war jetzt komplett. Das war das letzte Spiel eben. 23 Fracks, Alter. Ja, Scheiße. Drei von drei. Boah, da hat einer 122 Fracks gemacht. Haben wir gewonnen? Nee. Schwere Niederlage. Das ist nicht gut, ne? Es gibt noch eine sehr schwere Niederlage. Ja. Herz da reißen. Vielleicht schaffen wir das noch. Bester Trupp sind nicht wir. Warum? Aber aus unserem Team. Gucken. Ja, Olli ist auch nur Zehnter. Ist okay. Okay. Ja, ähm, müssen wir Werbung machen? Na, vielleicht machen wir's mal. Weil wir jetzt eh ein bisschen warten, ne? Warte. Willst du mal abbrechen? Machen wir mal kurz Werbung. Und dann als Squad raus. Echt? Wollen wir nicht das Ganze noch zu Ende spielen? Wir sind doch noch zu Ende. Das war schon zu Ende. Das war die letzte, ja, okay. Okay, dann machen wir kurz Werbung, Leute. Und regroupen kurz, äh, vielleicht ein anderer Modus oder so. Flaggen einnehmen oder so was. Ja, neue Waffen ausrüsten. Ja. Bis gleich. Hey! Hey! Zurück beim Beanstalk. Und wir spielen Battlefield V. Sind gerade aber, so wie ich das richtig verstehe, in den Truppenaus- Rüstungs- Rüstungs- Gedingensens. Ja. Ähm, um unsere ... Ja, wie sagt man? Ausrüstung. Ja. Bisschen einzustellen. Ich hab leider nicht viel, bisher hab ich gar nicht viel freigespielt, merk ich gerade. Irgendwie eigentlich gar nichts. Aber wie, ähm ... Wo macht ihr das denn, wenn ich mal fragen darf? Unter Arsenal? Kannst du das mal kurz erklären? Arsenal und ... Nee, deine Kompanie gehst du. Und dann kannst du hier zwischen Achsenmächte und Alliiert-Truppen wechseln. Und dann kannst du auf die einzelnen Klassen drücken. Die Klassen werden aber nicht in den jeweiligen Parteien übernommen. Also das heißt, wenn du jetzt bei den Achsen was änderst, änderst du nicht automatisch auch was bei den Alliierten. Obwohl die Waffen alle gleich sind. Okay. Ich verstehe. Du musst alles jeweils vereinzelt, ausrüsten. Die Waffen haben dann noch die verschiedenen Visiere, die du hast. Und die Spezialisierung, die du erst aktivieren kannst, wenn du ein bestimmtes Level erreicht hast. Und dann benutzt du diese Battlefield Points, um die dann freizuschalten. Mhm. Und damit finanzieren sie sich wahrscheinlich im Moment noch das Spiel. Diese Battlefield Points, die kann man sich erspielen, aber die kann man kaufen oder was? Im Moment kann man sich die nur erspielen, aber kaufen sie sich noch nicht. Aber ich hab 5000. Ich könnte ja mal ein bisschen was ausgeben eigentlich. Warte, hier kann man sie sich kaufen. Jetzt sieht man's. Aber kannst du ruhig machen, das ist äh... Achso, kann man die dann jetzt kaufen oder was? Ich seh leider noch kein Kaufmenü, aber ich glaub, das kommt noch alles. Ah, okay, jetzt hab ich's verstanden. Ich könnte jetzt hier mir ein neues Visier kaufen. Wobei es natürlich ein bisschen blöd ist, dass man jetzt dann hier für irgendwas Punkte ausgewohlen nicht genau weiß, ob's einen dann auch wirklich kann. Was das eigentlich bringt? Ja, kann ich's bei einem Magazin, kann ich mir einfach... Was heißt den Sandsturm? Sag ich nur Graffiti, oder? Ja, das ist nur Graffiti. Das sind einfach Farben für dein Magazin. Das ist hier an der Seite. Den Schizzle will ich das gar nicht. Ja, das sind alles Cosmetics. Aber später brauchst du dann halt Punkte, um einige Perks einzusetzen. Zum Beispiel, dass du schneller schießt, oder dass deine Waffe weniger streut. Und da musst du die Punkte definitiv einsetzen. Was aber kein Problem ist, weil du die Punkte ja alle freispielst. Bei den Aufträgen siehst du ja, was für die Aufträge du annehmen kannst. Und da gibt's dann auch die Punkte zu. Na gut. Legen wir los, ne? Legen wir los. Spielen! Schlaf, stopp. Spielen! So, wer ist denn hier Leader auf dem Pack? Äh, Simon. Äh, ach so, von dem Pack, ja. Ja, das bin ich. Aber ich hab keine Plan. Ich weiß ja nicht mehr, ich kenn nicht mal die Map bisher. Wer hat denn Zeit gehabt, privat ein bisschen zu spielen? Ich lade gerade noch runter daheim. Ich hab gestern angefangen. Ich hab auch nicht privat gespielt. Ich spiele hier noch mit euch. Weißt du was? Wenn ich mit euch unterwegs bin und euch die ganze Zeit rette, und dann spiel ich mit irgendwelchen fremden Leuten, und dann fehlt mir die Motivation, dann denk ich die ganze Zeit, wo sind meine Freunde? Da ist es traurig. In der Zeit. So, Leute, was machen wir? Wie lautet der Plan, ich bin bereit, ihn umzusetzen? Alle platt machen! Ist das so ein komisches Zeichen? Ist das Beil besser als das Messer? Ist auch eine Glaubensfrage. Runde startet. Acht. Das sind ganz schön wenige Leute auf dem Server gerade. Was ist besser, Munitionskiste oder Munitionstasche? Muss du wissen, die Tasche kannst du zu einem Kameraden werfen und die Kiste wirfst du hin und dann muss der jeweilige Soldat hinlaufen. Okay, wir holen C, das haben wir aber auch schon. Geil, Level up. Jetzt gehen wir zu, wohin? A oder B? B. Okay, ab zu B. Du bist unser Truppleader, du kannst mit Q das einstellen. Und dann drückst du nach unten. Q gedrückt hat, nach unten und dann sagst du dahin. Es wird schon geschossen, ne? Man kann aber auch auf B einfach isoliert und Q drücken, hab ich gemerkt. Lässt nicht in jedem Baum hängen geblieben gerade, oder? Hier ist direkt einer. Hier ist direkt einer von Feinden. Es ist halt wichtig, dass du das machst, weil du dadurch Punkte bekommst und mit den Punkten kannst du dann später dann Fähigkeiten einsetzen, wie die V1-Rakete. Okay, okay. Das hab ich vor. 25 Meter, Angel of Love. Schnell wiederbeleben. Angel of Love. Danke, danke. Angel of Love. So, der Angriff für Fett wurde durchgeführt. Sorry, ich kämpfe gerade nicht weg da. Scheiße. Durch das Geballer vergisst man manchmal, wie schön das Spiel aussieht, oder? Ja, ist schon echt schön. Man gewöhnt sich sehr schnell daran, dass es so wunderschön ist. Ja, aber es sieht einfach, es sieht überragend aus. Überragend, wirklich. Überragend. Was hat man eigentlich so noch nicht gesehen? Ich mag die Engine echt sehr. Ich freu mich auf alle Spiele, die noch damit kommen. Schön ist immer, dass die Map nach jedem Spiel immer anders aussieht, weil einfach alles Mögliche zerstört wird. Ja, sie sind schon nah dran am perfekten... Wie er halt einfach aus dem scheiß Glockenturm fällt. Okay, ich bin bei A, ich hole A. Ich hoffe, ich hole dich, ich hole dich, ich kann denken. Ich weiß, es ist gefährlich. Wir haben die Rückendeckung. Sagt mal Bescheid, wenn einer zur A rennt. Da kommen sie alle. War ich nah auf, fast. Ah. Jetzt häng ich hier rum. Ist jemand in der Nähe? Wir haben er. Ernsthaft? Hallo, Sanitäter. Nee, kommt halt nach. Kommt halt nicht. Dann sterb ich halt. Oh Gott. Oh Mann, ey. Nachladen, nachladen. Nachladen, tötet. Auf der anderen Seite, Eddy, hinter dir. Da sind Leute, da. Durch das Loch, Vorsicht, das sind Leute, die gucken hier hoch. Keine Munition. Könnt ihr mir helfen? Ich werde beschossen von so einem Typen. Ich habe den Typ geholt und hol dich. Ich liege hier auch gerade. Ich hole dich, ich hole dich. Ich bin nicht tot. Nee, das ist Dackels. Ich hole Dackels. Dackels, ich habe dich. Dankeschön. Ich bräuchte Munition. Haben wir einen MG-Dringer hier? H. Edel, kann ich ein bisschen Munition haben? So, Achtung. Mein Freund. Neues Ziel. C oder B. Wollen wir erst zu B? Ach nee, die beschützen ja. Ach komm, die Flagge ist, glaube ich. Wir haben alle Punkte im Moment. A wird gerade eingenommen. Einer ist auch hier bei B. Guck mal Richtung A, weil die von dort aus wahrscheinlich kommen werden. Bei B ist irgendwas fertig gekillt. Ist der noch da? Jetzt ruhig mal was sagen können. Warum? Man kann ja nicht durchschießen. Wie dumm ist das denn? Oh, hinter uns. Von wo? Ah, da ganz hinten. Alles klar. Okay, wollen wir A holen? Ja. Okay, ich renne los. Scheiße, ich werde beschossen bei A. Ich bin tot. Aber es war ein guter Versuch. Die sind auf der gegenüberliegenden Seite alle. Ballern von da rüber. Ja, ja. Ja. Wenn die vielleicht einen beschießen könnten, dann kann ich den markieren oder geht das nur als Scharfschütze. Scheiße. Ich hole dich da hinten, komm her. Gibt's doch nicht. Wie oft soll ich den noch messen? Zwei kommen hoch. Zu dir. Ja. Oh, Eddie hinter dir. Hinter dir, Eddie. Fuck, kommt zwei, Alter. Ey, das Magazin von der Waffe ist leider nicht so geil, ey. Das ist eine 30 Schuss, ne? Das muss echt viel nachladen, ey. Shit. Hatten wir die alle, jetzt haben wir nix mehr. Ja, das geht schnell. Ich meine, das ist eine Frechheit. Aber es war ein guter Hinweis. Hinter mir stimmte. Wie stimmte das? Ich hatte das vorher auch schon gesagt. Ich hatte das vorher auch schon gesagt. Okay. Haben alle recht gehabt. Leute. Ja, wir müssen einfach nur mehr, schneller noch auf unsere Tipps reagieren. Ich würde sagen, B. Okay. Oder ist A besser? Nee. B ist gut. Da stehe ich gerade vor. Okay, ihr holt B. Ich gehe schon mal weiter zu A. Da können wir die ein bisschen beschäftigen. Ja, lass uns doch zusammenbleiben. Ich stimme dir zu, aber jetzt bin ich... I've gone too far. Okay, ich bin bei B. Ich nehme es gerade ein. Achtung, hier ist noch jemand. Irgendjemand ist noch da. Hab ihn. Hab einen weg. Das ist eine sehr kleine Runde. So 16 gegen 16. Alter, wie ich hier oben auf dem Glockenturm sitze. Ja, ich habe ihn auch... Dankeschön, sehr freundlich. Danke. Ich bin oben auf dem Glockenturm. Kommt jemand mit helfen? Nee, ne? Zu weit weg von euch. Okay. Lauf doch nicht, da ist noch ein. Ich habe doch gesehen, dass du auf die Ball hast. Ja, aber du bist mir quasi in den... Hier ist kein Friendly Fire. Nee, aber ich treffe ja dann trotzdem nicht. Ja, stimmt. Hast recht. Ach, du bist es. Ja, grüß Gott. Hier muss jemand mit einem guten Gewehr hin, ey. Seht ihr das? Verdammt gefährlich. C wird erobert. Okay, ich laufe zu A. Ich stehe gerade direkt gegenüber. Ja, BTV3, dir kommt einer entgegen. Ah, was? Wo? Von hinten. Die kommen rüber, da wo ich war, falls ihr das wisst. Zu einer unserer Flaggen, ich weiß nicht welche. C vielleicht? Ich glaube C. Hinter dir. Direkt bei C. Wer ist das da? Der bei mir ist auch. Ich glaube, ich bin das. Achtung, Nils. Hilfe, ich bin tot. Ich komm. Wollen wir C holen? Ich komm, ich komm, ich komm. Da, wo du eben warst. Okay, die versuchen B zu holen. Wir rennen währenddessen mal zu C. Das wäre so ein Plan. Ah! Geht nicht, weil auf dem Weg welche sind. Shit. Ich laufe zu C. Ähm, warte, da ist auf dem Weg einer. Naja, Vorsicht, Eddie, da sind ganz viele. Ach du Scheiße, danke. Ich dachte, die wären vielleicht beschäftigt, aber das war nicht so. Wo wollen wir hin? Wollen wir zu B? Oder wollen wir erstmal A halten? Schön dackelt's. Schön gemessert. Jetzt hat er mich. Okay, komm Leute, lass C holen. Shit. Ah, was? Was war das? Information dauert es lange. Von beiden Seiten. Das ist nicht okay. Na geil, wir haben A und C. Aber wir führen, oder? Wir führen, ja. Haus hoch. Ja, ja, die haben nur noch 30 Tickets. So gut wie weg. Aber wollen wir denn nochmal zu C oder wollt ihr da bleiben? Wir haben ja C. Stimmt. Wollen wir dann B holen? A wird geholt. Ja, A ist so, wie soll ich zu A gehen? Kacke. Wieso kann ich denn nicht spawnen? Ich spawnen, ihr müsst beim Trupp spawnen, bei Dackelt. Versuch ich ja. Ich häng mir nochmal Sniper zur Abwechslung, weil es hat sich so bewährt. Was ich hier gut fand. Shit, shit, shit bei A. Holt, gib mir Deckung, ich hol die zurück. Gib du mir Deckung. Aber das ist doch Quatsch. Gib mir doch einfach jetzt Deckung. Mann, bei mir geht's mega schnell und du hast die bessere Waffe. Das ist doch Quatsch. Das ist doch die Klasse hier schon wieder, danke schön. Alter, mit dieser Dreckswaffe. Jetzt kannst du mir mal helfen. Jetzt brauche ich Hilfe. Der glaubt immer, man hat im Krieg Zeit für Streit. Nee, das geht nicht. Geht nicht, klar. Ja, weil der Nils hier Leichenleit hat. Kein Weil. Kein Weil. Weil ich mega recht habe. Kein Weil. Ich habe recht und du hast Unrecht. Wir sind eine Company. Eine Bad Company. Eine Bad Company. So, was jetzt A? Oder B? B? Okay, B. B wird geholt. Ja, B wird geholt. Ich bin mal C. Ich bin direkt mal C. C wird, ja, ja, C. Lass uns zu C gehen. Wo ist C? C? Oh, shit. Ist hier jemand? Oh, da ist jemand. Ich habe dich vor 3. Ich hatte dich doch. Ich habe dich im Nachhinein. Das gibt es doch nicht. Oh, shit. Ich verpiss mich. Und da, nee, ne? Ja, okay. Wer so langsam zielt wie ich, der hat es auch nicht verdient. Shit. Nicht, dass wir es noch verlieren? Ey, ich bin wie Jogi Löw, der gestern auch Werner, Sané und Gnabry ausgewechselt hat. Warum gehe ich überhaupt auf? Ey, Leute, wir 15 zu 50. Warum wechsel ich die Klasse auch? Das macht keinen Sinn. Wir müssen es schon noch schaffen. Never change a winning team, ey. Ich gehe wieder. Oh, schön im Schatten oben, ey. Arschloch. Ich hole, ich gebe mir Deckung. Ich hole ihn. Deck mich. Ich hole ihn. Meine Güte, Leute, Kommunikation. Es war doch nur ein Spaß, Mann. Ja, aber ein tödlicher. Ja, und? Aha. Spaß tödlich. Jetzt liegt er da wieder. Ja, das macht er gut an. 97. Ja, da werde ich geheilt. Achtung, Achtung. Ich muss mich echt dran gewinnen, dass die Waffen nicht so hoch zielen wie bei Counter-Strike. Ich ziehe ihn mal so nach unten. Instinktiv. Weil ich ein super guter Counter-Strike-Spieler bin. Da haben wir es. Leute, wir haben noch 15 Minuten. Wollen wir noch mal in den 15 Minuten vielleicht irgendwas kleineres, persönlicheres spielen? Das hat aber auch immer. Oder wollen wir vielleicht den Panzer-Gen zusammen oder so? Ja, in der Panzer-Crew mal was Spezielles machen. Nur eine Frage. Ja, eine größere Map, da sind dann auch mehr Bomber. Also ich fand das ganz angenehm, weil es nicht so komplett hektisch und crazy war. Aber man hat endlich mal das Gefühl, man hat ein klares Ziel. Also ich fand es da viel Spaß gemacht. Ich will, dass wir alle Spaß haben. Dann machen wir so. Das war eine schöne kurze Runde, das passt auch. Ah ja, klar, du hast natürlich recht. Wir haben keine Fahrzeuge, keine Flugzeuge. Ja, für mich gehören Fahrzeuge dazu. Aber jetzt haben wir die nächste Karte. Ach, die gibt es schon. Wie findet ihr es denn eigentlich jetzt, oder? Mir macht es Spaß. Macht es Spaß, ja. Auf jeden Fall. Es ist halt, ich sag mal, also... Es ist halt, grafisch finde ich es geil, spielerisch ist es halt wie immer, würde ich sagen, oder? Ja. Ja, ich finde aber irgendwie spielt es sich ein bisschen geiler als die davor. Ich weiß nicht, vielleicht bilde ich mir das ein, vielleicht haben wir lange nicht mehr so viel Zeit investiert in Battlefield. Aber es spielt sich irgendwie so, wie ich es gut in Erinnerung habe, die alten Teile. Es ist schneller, es fördert Gameplay innerhalb des Trupps halt mehr, weil du kannst ja jetzt jeden wiederbeleben, auf eine gewisse Art. Aber das enthält halt schneller, weniger Munition, mehr Taschen, die du dann verteilen musst mit Munition, das aufbauen und Kommunikation ist halt wichtiger innerhalb des Trupps, als wenn du jetzt in einer großen Gruppe gespielt hast. Damals war es halt so, okay, es gab halt die Trupps, aber hat es irgendwie nicht so viel gebracht. Ja gut, um sich zu finden, schon, aber sie wurde hier noch ein bisschen verbessert. Ich bin nicht genau sicher, woran sie gedreht haben. Aber sie haben es verbessert. So, da sind wir alle. So, das Schussverhalten haben sie auch geändert. Also, jede Waffe hat ein anderes Pattern und bei Belfade 1, soweit ich mich erinnere, war dann noch alles ein bisschen gestreut, war ein bisschen random. So, was müssen wir machen? A, B, C. In der Reihenfolge. A, B, C? Nee, muss nicht sein. Douglas, ich laufe dir einfach nachher. Was sagst du dazu? Äh, einfach nicht sterben. Ich guck mal kurz auf den Weg. Holen wir B, oder? Ja, B ist natürlich echt eine Herausforderung, aber wir können es probieren. Ja, ich bleib hier oben mal liegen und geh nicht rein. So, okay, ich hab Doppels verloren. Wollte ihm eigentlich hinterherlaufen, aber... So schnell geht es. Schon? Oh, gerade erst angefangen. Rechts und links. Ficke, Ficke, Facke. Okay. Ficke, Ficke, Facke. Shit. Ficke, Ficke, Facke. Shit! Ich hab dich. Ah, nein, nicht! Ich lade nach! Und ich hab eine Brille! Achtung! Wie schafft es die Regie, immer dann einzuschalten, wenn man gekillt wird? Das hab ich auch gerade gehört. Wie machen Sie das? Warten Sie darauf? Nein, nein, jetzt nicht. Er schießt zu gut. Warte, warte. Jetzt! Ja, das Gefühl hat sich ja auch schon gehabt. Ja. Ich wette, dass der Ede hat irgendwie Timo ein bisschen Zehner in die Tasche gesteckt. Und er hier, schalt mal im falschen Moment drauf. Oh, da ist noch einer, ey. Ja, Leute, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's cool, wie die Regie macht, weil jedes Mal, wenn sie zu mir kommen, bin ich geil. Das soll's ja auch sein. Und das liegt vielleicht einfach daran, dass die Quote bei euch ... Ich hol dich, 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 ich kann nicht, ich hol dich! Ich bin halt nicht dran. Beste Freunde, für immer! Die zwei Sekunden, wo ihr mal gut seid, abzugreifen, sind auch echt eine Herausforderung. Vielleicht mit Vorlauf einfach, dass wir immer zehn Sekunden ... Naja, aber die Leute wollen da draußen natürlich auch Rulen sehen. Ah, da rechts! Kann ich das schon verstehen, ehrlich gesagt. Also, ich ... Hab sie. Kennt ihr den Film Enemy at the Gates? Ja, mit Ed Harris. Damit ist es hier, Eddie at the Gates, ey. Eddie at the Gates. Ich suche nur noch einen Sniperpunkt, von dem aus ich dann rasieren kann. Schwierig. Duckels seh ich schon wieder tot am Boden liegen. Das will natürlich auch keiner sehen. Das muss man den Leuten auch mal gönnen. Guck mal hier. Hinter euch! Zack, eins. Zack, zwei. Doppelkill von Nils! Guter Nils! Typen von hinten abgestochen. Ja, das wollen die Leute sehen. Leute, A oder C eine? Das ist einfach, da ist die Regie einfach auf der sicheren Seite, wenn sie bei mir auf der Cam ist. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und werft er ... Nein, nein, gut. Ich komm rum. Bin ich gestorben, hab aber noch eine Granate losgelassen. So. Ich komm zu dir, Eddie. Nein, eine Sekunde ist zu spät. Das war zu spät, man. Oh shit, zwei Typen. Leute, A oder C einnehmen. Also, B müssen wir jetzt mal halten. Knapp. Knappe Kiste, Sanitäter. Durchkommen oder ist es eher ... Oh, hier sind zwei bei mir. Scheiße, das wird nix. Warum ist unser Medic mitten auf dem Schlachtfeld? Weil dich alle wiederbelebe, die auf dem Schlachtfeld sterben. Aber du sollst nur mich wiederbeleben. Ach so, das wusste ich nicht. Dann spawn ich bei dir und bleib jetzt da. Warte, ich hab ihn, ich hab ihn. Hab dich, hab dich, hab dich. Bist du ... Hast du dich getötet? Ich hab's laufen lassen, ja. Warum? Ich war doch da. Ich wusste nicht, dass du mich meinst. Ich bin immer bei dir. Glaubst du denn, ich hab das freiwillig gemacht. War ich jemals nicht bei dir? Ich bin schon ein paar Mal gestorben. Aber wir werden beschossen sehr, sehr krass. Von hinten. Okay, wir haben B. Muni, 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 so. Okay, Zielberta. Wie habt ihr das mit der Muni gemacht, dass wenn ihr die werft, dass ihr nicht so komisch auf die drei drücken müsst? Habt ihr das umgelegt? Oder wie macht ihr das? Ich drück komisch auf die drei. Ja, weil das ist doof, oder? Eigentlich müsste es viel besser gehen. Du musst das so nebenbei, so. Bam, hier ist was. Hier, bam. Das ist komisch. Die Kathedrale ist safe, oder? Die Kathedrale ist safe. Nee, 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 Leute, die sind direkt davor. Hab dich, hab dich, hab dich. Vor dem Loch. Super, danke dir. Alter, die Granate hat mich gewämst. Ich bin noch am Leben hinter dir, Duckles. Ja, ich smoke hier mal. Auch hinter dir. Ach, fuck. Duckles, sollen wir kommen? Machst du das? Nee, 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 mach das lieber nicht. Okay, ich geb dir ein bisschen Feuerschutz. Ach du Scheiße, das war der Feind. Du wolltest den Feind wieder belegen. Der ist da so selbstbewusst in die Kirche gegangen, ich dachte, der hat einen Ausweis. Stell dich raus. Schade gewesen, ehrlich gesagt. War der Gegner. Manchmal klappt das, dass man sich einfach so in den Gegner mischt und er denkt... Das ist immer wieder geil, ne? Tag 17. Das ist auch das 10 Mal sterben wert, wo es nicht klappt. Genau. Das eine Mal, wo sie einen dumm angucken, und dann sag mal, gehört der überhaupt zu uns nicht? Ich dachte, du kennst den. Das kennt jeder von so einer Party. Hast du den nicht mitgebracht? Nee. Ich dachte, wer wäre von euch? Ja. Ja. Alle hier. Oh, wer ballert denn hier? Das gibt's doch gar nicht. So, ich komm mal zu euch. Gewenzt. Dackelt. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Alles gut, alles gut. Okay, sehr gerne. Engel, der Liebe ist da. Engel, der Liebe ist da. Hey, danke schön. Hinter dir! Vor mir. So, schieß nochmal auf mich, du Hirte. Komm, komm, zeig dich. Zeig dich. Guck raus aus dem Kopf. Äh, guck mit dem Kopf raus, meine ich. Mann, das Ding verreißt aber auch. Soll ich dich mal locker machen? Feind getroffen, Kopf-Tropfer. Ich wusste es doch, du Lappen. Enemy at the Gates, Alter. Sniper-Boys zurück. Ich hol dich. Ich hol dich. Der Retter muss gerettet werden. Errettetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Gandalf.com, gleich mal sichern, ey. Hat noch keiner gehabt. Du kommst nicht, vorbei, tsch, 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 tsch. Ey, diese Zuckerfilme, die früher immer andere Dory parodiert haben. In der Luft, zack, du ne. Wobei, das war gar nicht Zucker, glaub ich. Oh, oh. Gandhi 2000, klingt aber auch ... Teile von ihm sind nun Roboter. Hinter dir, Eddie, glaub ich. Bitte fürs Retten. Der lebt noch, der lebt noch. Links neben dem Haus, zwei Leute links neben dem Haus. Hau ab, Eddie, hau ab. Zwei Leute links im Haus, direkt links von dir. Ich möchte, dass du mich vorher rettest. Scheiße, das sind ja zu viel. Wir haben nicht auf die Knarre gewechselt, hat mit dem dummen Mausrat, ey. Ich habe noch versucht, dich zu retten mit meinen Worten der Weisheit. Es hat ja nicht geklappt, die Waffe zu wechseln. Hast du noch eine Granate? Ich geh zu B. Ach, das holen wir grad, dann gehen wir zu A. Boah, warum? Ich spawne in den Tod, das ist unmöglich. Leute, ihr müsst auch ab und zu mal euch umdrehen und gucken, ob hinter euch was ist. Weil ich spawn bei euch und erwarte ich, dass das Safe ist. Ich wurde grad mit einer Machete gemessert, aber so richtig in den Kopf hinein. Chuck! Ach, C wurde wieder eingenommen. Dann wieder zurück zu C. Ich komme, ich komme. Nein! Immer wenn du jemanden heilst und du weißt, du kriegst Risiko ein, dann hört man die Einschläge in seinem eigenen Körper und denkt nur noch, bitte lass, wirst du mich wenigstens schaffen, den anderen zu retten. Das sind Geschichten, die nur Medics verstehen. Was könnten wir eventuell nicht ... Warum lad ich nach? Das ist auch so ein dummer Reflex, ey, von Counter-Strike. Ja, ja, so zwei Schüsse nachladen, ne? Ja, als MG-Schütze. Das muss man sich wirklich abgewöhnen. Ah! Aha. Goddammit, in dein Gesicht. Ich hol, ich ... Ja? Nein! Wo kommen die denn immer her? Ach, von da! Ja. Oh, wieso machst du dich tot, Nils? Weil du ... Ich wusste, dass du noch kommst. Ja, dann ruf doch mal, ich war doch direkt neben dir. Ja, aber ich ... Okay, nächstes Mal mach ich das, ich dachte, das ist zu gefährlich. Wie kannst du denn von der Medic-Mechanik so wenig verstehen? Weißt du, wie's läuft? Ein Medic, der zu stolz ist, geheilt zu werden. Er half 7000 Menschen. Aber Ärzte sind auch immer die schlechtesten Patienten. Aber er wollte nicht, dass man ihm hilft. Da bist du ja, Douglas. Dann traf er die Liebe seines Lebens. Gandalf. Ich hab dich, Douglas, ich hab dich, Douglas! Ja, du liebst, Douglas, ich lebe! Oh, danke. Mich auch hat jemand wiederbelebt. Danke, danke, danke. Ich lebe. Oh, Maddie, der Liebe! Rache, Shakespeare. Oh, nein, das schafft das auch. Oh, zwei Leute in den Hinterhalt. So, was geht hier im Hinterhalt? Soll ich jemanden wiederbeleben? Wen von euch? Erst dich. Aber die Deutschen sind überall! Ach, das klappt einfach nicht. Wiederbeleben ist scheiße. We are the bad guys. Ach, wie sind die Deutschen? Oh, er probiert es. Wo bin ich? Ich kann nicht spawnen. Ich kann nicht spawnen. Warum nicht? Let me spawnen. Sag mal, das ist doch nicht deine Ernst. Spawn, Headshot. Ja, weil ich ihn ja auch vollgepumpt habe. Ich hab's nicht! Headshot, Simon. Egal, was du vorher gemacht hast. Insta-Death. Bin ja da, bin ja da, bin ja da. Oh. So, wir holen die Flagge! Okay, ich ne B ein. Ja, okay. Voll toll. Geil. Jetzt fühl ich mich wohl. Den hätt ich auch gleich gesäbelt, aber okay, war schon tot. Heil dich, hier. Heil dich, ja, geil. Coole Idee eigentlich. Warum denn nicht? Komm, gib doch mal jetzt so einen Lappen hier, so. Wieso geht das nicht? Achtung, Granate. Mann, Physik hab ich doch einberechnet. Ich auch, im Abi. Also, rausgerechnet. Okay, wir müssen zu C. So, wir werden paar Headys verteilt, liebe Regie. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, den Sniper of Death hier zu zeigen. Eddy at the Gates. Achtung, sie liegen da alle. Und jetzt ... Ich hol dich, ich hol dich, ich hol dich, ich hol dich, ich hol dich. Zack, tot. Ah, warum? Ein ganzes Magazin in der Squad. Danke. Dieser Wind, diese Schnipsel. Entschulde ich dir was. Das ist schrecklich, wie die Waffe verzieht. Okay, ich geh jetzt mal außenrum hier zu. Ah, ihr könnt gerne bei mir spawnen. Soll ich dackelst noch schnell wieder? Du bist tot. Nee, nee, ich bin tot. Warum hast du das gemacht? Guckt auf den Radar, Leute. Ich hätte mich grad holen können. Ich scoute. Hinter uns! Komm von der ... Richtung Fahne, Richtung Fahne. Sind an der Fahne. Nein! Scheiße, was ist passiert, was ist passiert? Ich war doch super. What? No! What? 0 zu 30. Das war sogar noch ganz knapp am Ende. Scheiße, Mann. 0 zu 30. Dabei war ich so fleißig. Leute, ich glaub, ich bin ein Top-Squad. Ich glaub, ich bin ein Top-Squad. Aber darauf scheiße ich. Ach, mehr Küls als jeder. Ist okay. Wieso bin ich denn ... Entweder sind wieder ganz hinten mit den Punkten. Das gibt's doch nicht. Das hat sich so gut angefühlt. Ja, aber wir waren ja auch sehr gut. Es waren alle gut, aber ... Ja, aber Leute, es kann nur einen geben. Das gibt's doch gar nicht. 10 Frags. Wie flippt ihr? 5? 7? 9? Mein Hauptjob ist es ja nicht zu fraggen, ne? Ja, ich weiß. Dein Hauptjob ist es, nicht dahin zu gehen, wo es gefährlich ist, sondern einfach irgendwie Packs aus dem Innenhof zu werfen. Wie ich einfach den gefährlichsten Job von allen hab. Das hat aber Bock gemacht. Nämlich mit euch in einem Team zusammen. Ich finde, Frags werden hier zu wenig ... Ähm ... Findest du? Ich bin der Top-Frager von uns und bin auf dem letzten Platz. Irgendwie find ich das nicht fair. Ich hab mir alles gegeben. Ja, bei den Game-Modus kriegst du Punkte natürlich für andere Dinge. Ja, klar. Aber wenn ich nicht auf Leute schießen würde, hätte der Medic im anderen Team nichts zu tun. Waffen haben sie aber alle. Das heißt ja hier Battlefield und nicht Heal-Field. Ja, aber damit man healen kann, muss man ja auch erst mal ... Battle. Keelen. Keelen. Battle-Keelen. Naja gut, aber mir hat's Spaß gemacht. Muss ich jetzt ehrlich sagen, von den vielen, vielen, vielen Spielen, die wir in letzter Zeit gemacht haben, ist das nach Left 4 Dead das, was mir meist ... Wow, One Left 4 Dead. Ähm ... Nee, das hat Spaß gemacht. Trotzdem ist jetzt Schluss, denn wir alle müssen nach Hause gehen und dort privat weiterspielen, ohne dass ihr zuguckt. Tipps, wie wir immer gerne, ne? Welche Spiele wir vielleicht hier noch spielen könnten oder so mal. Hättet ihr denn Lust noch mal auf Battlefield? Oder wollen wir beim nächsten Mal zur Abwechslung was anderes machen? Nee, immer wenn ich das Gefühl hab, ich hab ein Spiel langsam geschnallt und bin gut drin, kommt jemand und verstellt meine Steuerung und wir spielen's nie wieder. Also, nee, gerne wieder Battlefield, aber mal gucken, was so kommt. In sieben Tagen kann so viel passieren. Ja, es kommen ja auch neue Updates. Also, Vorder-Spielmodi kommen noch für Battlefield. Stimmt, am 4. Dezember geht's nämlich weiter mit. Tides of War. Genau. Und nächstes Jahr im März kommt dann der Battle-Royale-Modus. Oh, im März erst, Mann, da freu ich mich drauf. Mit Fahrzeugen, 100 Leute. Oh, da bin ich auch. Störbare Umgebung. Geil. Das werden wir uns angucken. Da werden wir die Ersten sein im ganzen Internets. Vor Montana Black, vor Pete Smith, vor Gronkh, vor fucking Smudo. Wir werden die Ersten sein, die Battlefield, Battle-Royale spielen und wir werden die Millionen Massen begeistern und zu uns ziehen. Ja, Mann, ey, Abo, Schallgrenze ist durchbrochen. Abo-Alarm. Apropos, lass ein Abo da. Lass mal ein Abo da, ne? Ihr müsst diese Klingel andrücken. Ja. Ganz wichtig. Die Klingel, Abo und Kommentar. Da klingelt's dann nämlich auch woanders. Wir sind raus. Das war der Beanstag. Vielen Dank, liebe Regie. Danke, wir ... Wie hieß der? Danke, Simon. Danke, Simon. Ja, aber der ... Ich dachte, es geht so ... Ich hab nicht zugegeben. Nee, bei Nils, bei Simon. Danke, Simon und Nils sind danke ich jeden Tag. Danke, danke. Danke, danke. Ah, okay. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.